Wer kennt nicht die atemberaubende Geschichte vom jungen Aladin, der von einem Zauberer beauftragt wird, eine Öllampe in einer magischen Höhle zu finden? Auf der Suche erlebt Aladin viele fantastische und zugleich gefährliche Abenteuer. Als er die Lampe endlich findet, gibt es keinen Ausweg aus der Höhle. Durch Zufall entdeckt Aladin jedoch die magischen Kräfte der Lampe. Als er daran reint, erscheint ein Djinn und fragt ihn nach seinen Wünschen. Mit Hilfe des Lampengeistes kann er die Höhle verlassen und schnell zurück zum Zauberer gelangen, bei dem er seine Liebste zurücklassen musste. Der gierige Magier führt jedoch Böses im Schilde. Er betrügt Aladin, bemächtigt sich der Wunderlampe und sperrt das Liebespaar ein. Aber das Gute siegt am Ende doch, denn der Lampengeist überwältigt den Bösewicht und befreit den Bein. Gute. 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 Gute.